Wie lange hast du noch freigegang? Noch 20 Minuten. Ja, ich arbeite jetzt neuerdings im Hunde-Netto und das ist quasi mein Pausenplatz, der Hundeparkplatz und ich werde jetzt hier meine Pause erst mal zu Ende trinken und dann gehe ich wieder in mein ... ja, also ich arbeite quasi als Maskottchen hier. Das ist ein bisschen skurril, ich weiß, aber die haben hier so eine Sonderstellenausschreibung als Hunde-Maskottchen und die haben halt gesagt, ja, wenn ich mit meiner Pause fertig bin, so ist ich wieder zurück in den Käfig und dann quasi zelebrieren, dass es hier ein waschechter Hunde-Netto ist. Also ... Da ich mir aber nicht wirklich neues Hundefutter leisten kann, werde ich jetzt schon meiner Arbeit nachgehen und die Pause einfach dahin verlegen, wo es keinen mehr interessiert. Hast du zufällig einen Einkaufs-Chip? Ja, den hab ich den Entscheid vergessen. Also ... 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 der muss wieder zugeschlossen werden der ist zu wie war jetzt der plan? was? was ist der plan? ich muss jetzt hier 5 Stunden bleiben ach so ne ich hab den Bock ich kündige ich kündige ich kündige ich kündige stop stop ich kündige ich kündige ich kündige ich kündige wer macht denn so ne Scheiße? ich will arbeitslos sein das sieht ja gefährlich aus gleichfalls